Guten Tag, ihr Spaßnet! Ähm, hallo zu einer neuen Folge The Forest! Ich glaub dein Kennen! Alter, das ist voll das Ding! Sag auch Hallo! Ja, ich glaub das sind wirklich 100 Knochen oder sowas, das dran sind. Aber ich hab auch keine einzige Rüstung, aber ich will mir ehrlich gesagt gerade keine Rüstung machen. Ich hab kein Bedürfnis jetzt eine Rüstung zu machen, weil ich nicht vor habe zu kämpfen. Nein! Ja, du hast es nicht vor, aber wahrscheinlich entkommst du in den Kampf nicht. Guck mal wie viele Rabbids ich gejagt habe, er leckt mich nach dem Sack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Rabbidskins und 1, 2, 4, 5 Rehskins und die habe ich alleine in der letzten Folge geholt. 5 Rehe. So, ein bisschen Lizard Skin. Oh, so kann ich direkt essen, das ist gut. Das ist meins gewesen. Der Lizard ist noch gut. Fisch drauf? Achso, jetzt ist das so, egal. Der war eh schlecht. Ich glaube, das schlechte Zeug bringt dir einfach nicht so viel Essen, weil ich habe jetzt nur Hälfte des Magen. So wohl zum ganzen Dissertal, glaube ich. Kann auch sein. Aber Leben verliert man glaube ich nicht, oder? Nö, ich weiß nicht. Wenn es zum Minimal ist. Also nicht viel zum Minimal. Ey! Das ist immer nüsse. Aber jetzt esse ich den Fisch hier. Wenn es gehen würde. Ich komme nicht hin. Jetzt. Kann ich noch irgendwas hinhängen? Ich glaube, das ist alles voll hier. Dann trinke ich noch ein Schluck. Ja, kann nichts mehr hinnehmen. So, sehr schön. Du, ähm, hm. Ja? Bauen? Meinst du, das reicht jetzt so, oder? Joa, ich glaube, langsam können wir echt bauen. Ja, komm. Lass uns nochmal probieren. Wetten beim Bauen fuchst uns das jetzt so. Der war das nicht. Ich sehe schon richtig, komm. Uppala. Nein, das will ich doch gar nicht bauen, lass mich. So. Ja, gut. Magst du gleich Ruhe fahren dann? Gut. Warte, ich nehme gleich was mit. Oh! Oh! Ist das schön, wieder auf dem Floß zu sein. Ach, das ist so toll. Schon super, ja. Ja, ich glaube, es wird jetzt wirklich so mindestens vier Folgen, wo wir bauen, glaube ich. So ein bisschen jagen, bauen und sammeln. Ich habe in den nächsten vier Folgen. Glaubst du wirklich vier Folgen? Ja, wir sind jetzt schon mal der zweiten. Ja, gut. Gut, wenn man es ruckst sieht, ja. Ich erdacht jetzt noch mal vier Folgen. Also, die nächsten zwei Folgen will ich, glaube ich, nicht noch mal in der Höhle. Und ich weiß gar nicht, ob ich danach immer noch in der Höhle will. Schauen wir mal. Vielleicht bekommen wir ja noch die Lust, wenn wir jetzt vielleicht mal drüber schlafen. Wenn jetzt auch mal drüber schlafen. Uppala, der ganze Wald ist wieder da. Ungewohnt, die ganzen Bäume da wieder zu sehen. Ja. Hier unten läuft der schon wieder. Ja. Egal, wir bauen einfach jetzt ganz gemütlich. Da läuft schon einer rum. Ja, ja, das habe ich ja gerade gesagt. Achso. Den habe ich ja gerade mal. Aber irgendwie finde ich es schade, dass wir... Ich weiß nicht, ob ich es schade finden soll, aber dass wir noch nicht überrannt worden sind, dass wir das auf dem See noch gar... Oder besser gesagt, mehr gar nicht gebraucht haben bis jetzt. Ja, ja, doch einmal haben wir uns was fast gebaut. Weil ich hätte gerne wirklich mal so ein bisschen Survival... Der bleibt halt da. Dass man denkt, oh scheiße, wir werden überrannt, jetzt müssen wir abhauen und da überleben. Aber irgendwie... Ja, aber irgendwie... Na, es waren immer so... Das hat man... Ja, gerade am Anfang, wo wir halt noch kaum was hatten. Der eine Mutant halt, der das alles verputt gehauen hat. Ja, gut, am Anfang waren wir aber auch sehr ängstlich noch, ne? Oh, ich habe mich wieder in Steam nicht... Auf ihn gestillt. Oh, oh, oh. Ja, ja, aber die erste Mutant... Ich weiß gar nicht, welche Volk das war. Es war ziemlich früh. Der allererste hatten wir ganz schiss. Der allererste Mutant, ja. Ja, da sind wir einfach... Haben wir den einfach direkt gelassen, ne? Das war der Fette, den wir gesehen haben, ne? Der so aussieht wie du. Dann der erste, den wir getötet haben, dann war der, der hier zufällig mal vorbei gerannt ist. Und unsere MAUKOP eingerissen hat. Der war auch alleine, ne? Ja, das war relativ vom Anfang, aber ich dachte, oh scheiße, wetzt schon. Da habe ich gedacht, das brauchen wir unbedingt, das Wasser heim. Aber irgendwie war das nicht so der richtige Fall. Nö, seitdem es... Mal war wieder ein Mutant da, aber der ist dann irgendwie... Ne, vor unseren Mauern war eigentlich so direkt noch kein Mut... Doch, einmal war es, glaube ich, ne? Einmal war ein Mutant direkt vor der Tür. Ja, aber den... Ich glaube, den haben wir dann auch fertig gemacht. Den wollten wir dann immer in die Falle locken, aber der ist da irgendwie... Ja, genau. Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, das ist schon ziemlich lang hier eigentlich. Naja. Extrem lang, ja. Auf alle Fälle ein bisschen so enttäuscht, was soll man da sagen? Ich will jetzt auch nicht, dass jede Nacht da 500 Eingeborene und Kannibalen und Mutanten da sind. Das will ich auch nicht. Aber... Ich meine, wir sind jetzt bei der... Irgendwie... Ich weiß es nie. Also jedes Mal, wenn ich sage, wir sind bei der und der Folge, kann ich eigentlich nie direkt sagen. Weil wir spielen einfach so eine Session und da hat man halt irgendwann mal den Überblick verloren. Ja. Irgendwo zwischen 60 und 70, glaube ich. Und, ähm, dass wir da noch nie so einen richtigen Angriff erlebt haben. Dass wir, so gesagt, wirklich auf diese Insel mussten. Naja. Ja, ich frag mich halt, wenn man den Schwierigkeitsgrad erhöht, ob dann, äh, die Gegner noch stärker werden oder ob's mehr werden. Ob's mehr werden. Ob's auch mehr Gegner werden, ja. Ich weiß es nicht. Ob man dann gleich in der ersten Nacht dann Probleme bekommt mit Mutanten. Die erste Nacht ist immer, glaube ich, wirklich die gefährlichste. Weil du einfach die schlechteste Waffe hast und kein Unterschlupf eigentlich. Hey, wir haben das doch jetzt gleich fertig. Ja, mach... Uah! Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Noob, noob. Kann ich's fertig bauen? Jawoll. Komm, ich komm mir jetzt wieder nicht hoch. Ein, ein Ding fehlt noch, du machst übers, äh, Floß. Ja, ich will ja dahin, aber... Es ist fertig. Dann muss ich erstmal hinkommen zum Floß. So, jetzt müssen wir da noch irgendwie ein Loch reinhauen, mach du's lieber. Ja, ich versuch's, wenn ich da wieder aus dem Wasser rauskomme. Das ist echt assi, wenn du da im Wasser bist. Ist natürlich direkt auf dieser Seite runtergefallen, wo ich einmal außen rum schwimmen musste. Da, 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 da. Bin ich denn hier gehört? Ähm... Da, da, da. Da, da, da. Holecutter. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Ja, man sieht da so ein Loch, aber... Watt. Ne, ich glaub, da musstest du mehrere Holecutter machen, oder? Äh... Das sieht ja mal kacke aus. Oh, Gott, Alter. Was ist das? Ich dachte, das ist noch ein Vier-Eckiger. Kann das nicht einfach quadratisch sein? Ja, das ist echt traurig. Aber es ist ein Loch da, das ist schon mal etwas, ne? Ja. So, jetzt haut die Treppe hoch. Ne, das ist verkackt. Hallo, ich muss das drehen? Ja? Soll ich es relativ steil machen, oder lieber ein bisschen lang gezogen? Hm... Dass es halt schön ausschaut, dass wir mal gut hochkommen. Aber es soll jetzt auch nicht zu flach sein, das Teil. So? Ich glaube, es ist zu steil. Ja, das sieht gut aus... Ne... Ich weiß nicht. Weiß... Ja, ich glaub, da müssen wir hüpfen bei der Treppe. Alter, mach ich die nochmal... Machst du vielleicht ein bisschen flacher, ich glaub dann... Ja, das ist... Dann müssen wir da noch ein Loch machen, oder? Ja, schaut ja das aus, ne? Ja, daran können wir aber nichts ändern, leider. Dass das so ein bisschen komisch aussieht. Ist ja jetzt egal. Du kannst es vielleicht so hinschieben, dass es nur wirklich ein kleines Loch wird. Such's einfach ein kleines Loch zu machen. Oder... Oh nein! What the fuck! Was tust du? Oh! Du bist so... Oh! 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 Ach! Oh, du bist so ein... Pyp! Ah! Kannst du wenigstens die Mauer dann nochmal hinbauen, dass es sich nochmal schön ausschaut? Nein! Spast! Bau die Mauer, äh, dem, dem, doch, okay. Immerhin, immerhin, immerhin. Aber irgendwie sieht das doch so voll bekloppt aus, wieso ist dann hier so und... Wir kommen trotzdem die Treppe nicht nach oben. Weil genau hier noch so ein kleines Wurzel ist. Aber jetzt, pass auf. Jetzt hör auf mich da um zu hauen, okay? Ey, sag mal jetzt, ganz ehrlich. Was ist denn das für eine Scheiße eigentlich? Du wirst mich doch für Scheiße nicht. Ich fühle mich grad voll verarscht, das ist nicht fassbar. Was? Hä? Wie ist jetzt hier wieder alles da? Was ist denn für eine Kacke? Wie alles da? Hä? Wie, bei mir ist nichts da. Was ist das? Hä, da... Direkt hier ist noch... Ja, das ist... Ach, wir könnten den einfach kaputt haben, den Idiot, ne? Ja gut, aber... Nicht... Wenn du nicht kaputt... Weil vielleicht verschwimmt alles, wir... Nicht, dass das passiert. Oh Gott, ich seh das andere... Es wird hier fast alles markiert. Warum ist hier alles markiert? Hör auf, was da... Das hier... Warum ist das immer noch da, Mann? Ich fühl mich grad so verarscht... Stück für Stück... Hast du... Hast du... Ist das Hultding da hergeknumpfen? Ja! Hultcutter... Warte, wieso ist das... Ich... Ich versuch's jetzt einfach mal... Hä? Okay... Warte mal... Ach... Es ist nur noch eins da... Ey, aber warum ist das nicht einfach... Alles nimmt hier? Das ist doch kacke... Ja, das bauen, das ist noch leicht verbockt... Oh... Stück für Stück für Stück für Stück... Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Stück für Stück... Nochmal... Nee... Das ist größer geworden... Das ist... Danke... Ich fühl mich grad so verarscht... Das ist unfassbar... Wie ich mich verarscht fühle... Oh, ihr Bauchschmerzen... Ich hau das jetzt kaputt... Ich bin mir wurscht, ob der ganze Dach dann weg ist... Es geht nicht, abwarten... Ja... Nein... Wer ist der Doofe von uns? Du bist der Doofe von uns... Du hast doch draufgeschlagen... Wir haben doch gespeichert, oder? Ja... Ja... Aber wann? Alter, wir müssen hier nochmal alles... Nochmal neu bauen... Mit der Wand und so... Hey, die Wand ist aber bei mir noch da... Ja, aber trotzdem... Bei mir ist dieser weiße Bauschimmer... Ja... Irgendwie auch... Warum aber? Ja, weil du hier diese... Dieses Loch füllen wolltest... Und es geht halt jetzt noch einmal komplett rum... Ja gut, das kann man ja... Das kann man ja wegmachen... Warte jetzt, pass auf... Das kannst du ja einfach löschen, normal... Ja, wieso hast du das denn hier gelöscht? Ja, Entschuldigung... Kommt vor... Also ich werde für das Messiasmo nur... Neustarten... Neuladen... Ach so'n Schmarrn... Da waren wir ja noch nicht mal mit der Wand fertig, oder? Doch... Ach... Wir waren doch da kurz davor... Ach... Ja, da hatten wir sogar ein bisschen was von der Decke... Ja, stimmt... Bisschen was von der Decke hatten wir... Ja, dann laden wir schnell neu... Äh, wann haben wir das letztes Mal gespeichert? Das wollte ich jetzt ehrlich gesagt auch noch... Gerade eben, kurz bevor wir die Folge hatten... Ja, dann laden wir das schnell neu... Wie lange haben wir noch? Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht drauf geschaut... Ja, auch nicht... Scheiße... Ich habe gar kein Gefühl gerade... Tschüssi... Vielleicht wird's halt einfach jetzt eine kürzere Folge, weil... Ach... Mist... Das nervt mich jetzt schon wieder... Ich will wieder in eine Höhle... Nichts ist gut hier... Was ist das für eine Kacke? Ganz ehrlich... Unfassbar echt... Ich kann mich so aufregen gerade... Leck mich einfach... Das ist doch zum Beben, sowas... Ich kann nicht... Nee, ich glaube von der Zeit her könnte es vielleicht... Na nee... Eher nicht so, ne? Ja... Jetzt halt, sag ich mal... Kürt... Nee, kommt jetzt nochmal 52 Loks... Auf das habe ich jetzt wirklich keinen Bock... Nee, komplett neu... Die Kacke das... Ja, dann würde ich sagen, wir beenden jetzt die Folge hier einfach mal... Entschuldigung für diese ein paar... Problemchen... Dann sieht man sich hier hoffentlich wieder bei der nächsten Folge... Wenn das Dach wieder komplett da ist... Bin ich mal gespannt, ob das hier schön ist... Ja, ich bin... Ich wollte gucken, wo die Treppe ist... Ach... Mann, Mann, Mann... Wir müssen dann hier so einen Aufweg machen... So richtig schön eine Treppe hier... Hier hoch falls man ans Wasser fällt... Damit man dann nicht immer so... Ja, genau... So, das müssen wir auch nochmal machen... Okay, ich bleib hier... So, Alter... Wie geht's? Oh Gott... Ja... Okay, okay... Dann bis zur nächsten Folge... Bis zur nächsten Folge... Tschüss...